So, willkommen zu einer weiteren Folge Raid am Mittwoch, die Folge 4 mittlerweile und ich glaube das kommt sehr gut an, zumindest bei mir selber und darauf kommt es ja am meisten an, dass mir das Spaß macht und ich möchte mich jetzt schon mal dafür entschuldigen, falls es im Hintergrund ein bisschen laut ist, weil direkt hier vor dem Fenster ist eine riesen Baustelle schon wieder und ich wollte das jetzt schnell aufnehmen. Jetzt haben die angefangen zu backern, zu hämmern, zu pressluften, zu allem möglichen, jetzt ist es gerade ruhig, vielleicht sind die gerade in der Mittagspause, aber es kann jeden Moment wieder losgehen, deswegen halten wir uns gar nicht weiter auf, zeigen euch wieder die Highlights der Woche von unserer Community und natürlich den Schocker der Woche von ganz Facebook. Fangen wir an mit einem Shiny Dratini und das ist meins, steht nämlich mein Name drauf, aber das habe ich bekommen aus einem Zehner Ei und das ist das erste Mal, dass ich ein Shiny Dratini aus einem Zehner Ei bekommen habe und ich habe auch von keinem bis jetzt gehört aus unserer Ghetto, aus unserem Ghetto, aus unserer Community, aus unserer Gegend, dass jemand ein Shiny Dratini mal gebrütet hat. Stratini eh in letzter Zeit selten aus dem Zehner Ei, weil da immer so andere Sachen reinkommen und dann als Shiny, fand ich schon richtig cool, auch mit 24 Bonbons gleich dabei. So, dann ein Barmelin, wie ihr seht, ist es ausgefüllt, farbig, es ist kein Schatten mehr da, denn ich habe es geschafft, ich habe meinen ersten Barmelin Raid hinter mir, den habe ich auch gefilmt, das Video ist schon lange fertig, aber aufgrund der Meltan Quest und anderen Sachen dauert das noch ein bisschen, bis das online kommt, fand ich aber cool und wild sind die Dinger trotzdem bei uns immer noch eine Seltenheit, das habe ich mal mit reingenommen. Dann ein Screen von Dratiote, Grüße gehen raus, der heißt jetzt glaube ich Team Shiny Tom und der hat sich einen Dragoran gewünscht und jetzt habe ich ihm diesen Traum erfüllt, habe gesagt, pass auf, ich habe so viele Dragoran, Dratini Bonbons, Ich nehme einfach einen Dratini von mir, ich ziehe das hoch, also ich entwickle das zweimal, gebe 125 Bonbons aus und tausche ihm das rüber auf seinen Account, dass er mal ein gutes Dragoran hat, auf jeden Fall ein besseres als er bisher hatte Und er hat noch ein altes Pokémon gehabt, ich glaube das war ein Ibitak, das habe ich zwar schon als Lucky Pokémon gehabt, es ging in der Sache also nur darum, ihm wirklich ein Glücks Dragoran zu geben, was funktioniert hat, weil sein es alt war Und ich habe von der ganzen Sache also eigentlich überhaupt nichts gehabt, aber er meinte dann auch, Ramses, der Ehrenmann, 125 Dratini Bonbons, Dragoran, einfach rüber getauscht, geschenkt und so, deswegen Grüße gehen raus, weißt Bescheid, immer wieder gerne natürlich Ungefähr 90% hat er es gehabt, ich denke mal so 91 wird es natürlich sein und ja, ich muss den Namen auch mal ändern, dass da nicht immer Dratiote steht, also Team Shiny Tom ist dann natürlich viel lustiger, dann bin ich mit Benz 990 aufgestiegen auf Beste Freunde, Grüße gehen daraus, aufgestiegen ist auch der RWE Brian Also der Brian auf Level 38 endlich, jetzt kann er seine Pokémon also maximieren, die letzten zwei Level sind eh geschenkt Und dann hat Brian was gesichtet, denn es war mal wieder ein Charnera unterwegs, das am Caritas dort bei uns gesessen hat, nimmt man auch gerne mal mit, wenn man das sieht Lin Sierra hat ein 100% Alola Dicta gebrütet, in letzter Zeit, die Leute brüten wie verrückt und da kommen die heftigsten Sachen raus Alola Dicta 100%, Glückwunsch dafür Vero ist auch aufgestiegen mit mir, äh, Beste Freunde, also nochmal Grüße raus an Brian, das ist nämlich sein Account, der hat sich dann auch irgendwann umbenannt Die Leute nehmen sich alle um, man findet niemanden wieder, richtiges Chaos, macht sich da breit Aber auch Beste Freunde hier, wieder 200.000 Erfahrungspunkte Dann hat die Lin Sierra, schon wieder, die Lin Sierra Ein Shiny Mugby gebrütet Da hat sie sich gefreut wie ein Schnitzel, was man hier unten sieht an diesen drei Smileys Und dann hat sie gleich noch ein Shiny Shuppet hinterher gefangen Läuft bei der Muddy, schreibt sich selber, also Glückwunsch an der Stelle natürlich Der Furzbob, gerade entdeckt, in der Rhön geklickert, der ist nämlich viel unterwegs, beruflich Der klickert immer nebenbei und hat dann gesehen, hat ein 100% Mushas mitgenommen, unterwegs, einfach mal so Dann war es soweit, ich habe meinen ersten Sinostein eingesetzt Hat natürlich meinen 100% Lucky Rizaros zum 100% Lucky Rihornjör gemacht Mit 3733 auf Level 40 Sieht ein bisschen kacke aus, immer noch, finde ich Also Rizaros war richtig groß und mächtig Rihornjör, ihr seht es selber, sieht aus wie der kleine, dicke Danny DeVito In der Arena ist das ziemlich mickrig Aber trotzdem mit Katapult, Steinkante, ein guter Gesteinsangreifer Zwar noch hinter Despotar, aber aufgrund der mächtigen WP Möchte man ihn gerne natürlich mal entwickeln und in seinem Team aufnehmen Der Tobi hat ein Knospi gebrütet, leider kein Shiny Aber nochmal, erstmal ein Knospi, denn ich selber habe noch gar keins Ich kann mich immer nicht entscheiden, soll ich jetzt Zehner brüten, soll ich die Zweierhalle brüten Soll ich Alolas, Alola-Eier sammeln und brüten Denn es ist momentan so viel los, man weiß überhaupt nicht, was und wie man in die Maschine packen soll Black Scar Wolf hat ein Shiny Shinox bekommen Mit 93%, 15, 15, 12 Auch coole Sache, Grüße gehen da auch raus Wieder mal die Linsierer Bei der Mutti das Zweite Hat ihr zweites Shiny Magby aus dem Ei bekommen Und ihr wisst, wie ich das immer mache Ich möchte von jedem natürlich mehrere Bevor ich überhaupt eins entwickle Sie können da also eins jetzt als Baby lassen Eines zu Magbrand machen Aber weil Magbrand jetzt nicht so heftig ist, können sie erstmal ein Magma draus machen Oder sie lässt einfach zwei Shiny Babys Sind wir mal gespannt, was sie daraus macht Der Zahnfett hat ein Lucky Tropius bekommen Das hat er getauscht mit dem Christian, steht ja unten drunter Und mit 87%, okay, habt ihr auch schon ein Tropius Oder habt ihr sogar ein Lucky Tropius Dann schreibt es mal in die Kommentare Denn gerade bei den Kontinentalen gibt es da immer viel Gesprächsstoff Ähm, der Tratiote schon wieder Also der Team Shiny Tom Hat einen Shiny Tanzer gefangen Wild, das fehlt mir auch noch Und das ist auch eines der coolsten Shinies mit Wie ich finde, vieles ist immer so Gold gehalten Aber sieht richtig penetrant aus Aber bei Tanzern Anstatt dieses triste Grau Dieses Gold steht ihm eigentlich richtig gut Coole Sache auf jeden Fall Der Martin hat mal bei sich aussortiert Und entdeckt, dass er ja ein 98%iges Suikun auf der Hand hat Was ihm vorher gar nicht aufgefallen ist Das ist glaube ich besser als alle Suikun, die ich gefangen habe In unzähligen Raids Also ist der Feldverordnungsdurchbruch ja doch ab und zu mal zu was zu gebrauchen Im Gegenteil, aber im Gegensatz dazu Suikun ist nicht zu gebrauchen Immer noch nicht, finde ich Ihr seht, das kommt gerade mal auf 2600 Und es gibt deutlich mehr gute Wasserangreifer Selbst Aquana, Garados oder eben Kyokre Die hauen da alles weg Also Suikun, ein 100%iges Könnte man hochziehen für die Sammlung Wenn man viel Staub hat Muss man aber nicht Extrem zeigt uns Er hat seinen Sinustein eingesetzt Und ein Rosarade ist das glaube ich Steht der Name nicht mehr da Ich habe es jetzt nicht so mit der vierten Hat auf jeden Fall sein Rosarade entwickelt Mit 15, 15, 15 Und das ist wohl bekanntlich also jetzt der beste Giftangreifer Und auch als Pflanzen-Pokémon Hat das ziemlich was drauf, sage ich mal Wo Bisaflor natürlich noch eine Schippe heftiger ist Aber wer keins hat und nicht mit den Community Day attacken Kann auch mit einem Rosarade nichts falsch machen Der Keller hat einen 100% Alola Reitschuh bekommen Aus dem Raid Glückwunsch auch dazu Da hätte ich auch gern mal einen Hunderter Typisch Andy zeigt uns Ein 100% Barmelin aus dem Raid Also auch richtig Glück gehabt Richtig coole Sache Weil das Teil ist eh genial Und noch ein Hunderter dazu Das lohnt sich doppelt Dann saß bei uns mal wieder auf dem Marktplatz Ein Taubsee mit 98% Und Taubsee ist einfach das legendärste Pokémon überhaupt Das nimmt man gerne mal mit Und wenn man da eins mit hohen IV sichtet Ist das immer nochmal was cooles Habe ich deswegen aus Spaß auch einfach mal mit reingenommen Die Linzira macht einfach weiter Heute Nacht gefangen Und gönnt sich nochmal einen Shiny Stolunior Also bei ihr läuft richtig Ein Shiny nach dem anderen Wie man hier sieht Die Mutti hat aber auch Glück Und vorhin auf dem Markt eingefangen Nein Shiny Evoli mit 91% Jetzt war ja eh die Zeit Wo so viele Pikachu und Evoli rumgesessen haben Und der Evoli Community Day ist vorbei Aber ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit Evoli als Shiny zu bekommen Was jetzt auch wieder eine gute Möglichkeit war Wie man sieht Und mit 15, 15, 11 macht man da auch nichts verkehrt Wieder die Linzira Und es läuft einfach so dermaßen Denn sie hat auch gleich noch ein Shiny Pikachu Hinterher bekommen Sag ich mal Wie ihr seht Also das hört einfach nicht auf Dann waren wir unterwegs Um die Aufgaben zu erfüllen Für die Meltan Quest Und da habe ich aus einem ElecTech Raid Ein 98% bekommen Mit 14, 15, 15 Fand ich auch cool Wollte ich mal mit rein nehmen Wahrscheinlich werde ich auch Elevoltech als nächstes dann entwickeln Nachdem ich meinen Rehongio jetzt habe Weil da habe ich auch ein 100% GlückselecTech Was schon auf Level 40 ist Und nur darauf wartet Entwickelt zu werden Dann Sollten wir ja ein Dragosso fangen Für die Aufgabe Und da waren wir gerade im Eisfeld unterwegs Und da saß ein Dragosso Wir tippen das an Jeder tüte das ein Und das war natürlich auch ein 98%iges Aber wieder mit 14, 15, 15 Das ist wohl ein Fluch Ihr seht hier 98er Okay Aber jedes Mal Der Angriffswert Nur auf 14 Also das geht natürlich besser Und am besten wäre ja eh Ein 100er Aber man kann ja nicht alles haben Obwohl ich habe ja schon Ein 100er Dragosso Und ein 100er ElecTech Also Ist auch egal Dann Was ist das Da hat es bei mir dann eben nicht aufgehört Bei Linzira waren es die Shinies Bei mir waren es die 98er Dann habe ich auch noch ein Barmelin Raid mitgenommen unterwegs Wieder ein 98er Und wieder 14 Angriff Mein Gott Ich fresse einen Besen Ich sage es euch Der Lukas hat einmal sein Meltan gepostet Was er da hatte Er hat also Mit 454 WP bekommen Das hat 89% Aber wenigstens 15 Angriff Und wenn ihr es seht Wenn ihr das entwickelt Das kommt auf 3838 Ist ein richtig guter Stahlangreifer auch Jetzt geht es nur noch ans Bonbons sammeln Bonbons farmen Und wie ihr das am besten macht Hab ich ja auch gezeigt In einem extra Video Wenn ihr euch die Box gönnt Von der Switch Und eine halbe Stunde dann Meltan Bonbons farmt Dass ihr 60 Stück bekommt Pro Box Da geht es natürlich jede Woche einmal Ich habe mein Meltan auch bekommen Schon am Sonntag Aber das war so schlecht Man sieht 435 Statt 454 Da wollte ich die Werte gar nicht dran schreiben Und natürlich nicht 15 Angriff Wie soll es auch sein Der Ramses der hat halt kein Glück Dann bin ich aufgestiegen mit Ditch Auch beste Freunde geworden Grüße gehen da raus Auf meinem kleinen Account Habe ich auch einen Shiny Eboli noch mitgenommen Sogar mit Wetterboost Wie man sieht Der Brian hat sein Rihonio entwickelt Und hat ein 98er Aber auch nur mit 14 Angriff Dafür eine coole WP Mit 3666 Also das würde ich so lassen Ich würde aber noch Erdbeben natürlich ändern Mit einer TM auf Steinkante natürlich Damit es wieder Katapult Steinkante hat Obwohl es ist natürlich Es hat Stein oder Boden Er kann es auch zu einem reinen Bodenangreifer machen Wenn er möchte Meins Freulinsierer Dazu muss man nichts mehr sagen Jetzt hat sie auch noch ein Shiny Aerodactyl bekommen Aus der Quest Wie man sieht Brüte 2 Eier Gab es ja überall An den Stops verteilt Dann habt ihr Aerodactyl bekommen Natürlich auch als Shiny möglich Ich habe damals eins in Dortmund bekommen Bei der Safari Zone Manche haben noch keins Sie hat jetzt also eins aus der Quest Also Glückwunsch auch an der Stelle Hornswoggle hat ein Elekit gebrütet Mit 100% Und da kann er sich natürlich auch ein cooles Elevoltech machen Weil das einfach trotzdem ein richtig cooles Pokémon ist Und ein guter Elektroangreifer Und ein guter Elektroangreifer Zeigt uns hier sein 100% Raupi Auch aus der Forschung Da gibt es ja jetzt diese Aufgabe 2 Taubsis entwickeln Wo ihr eben ein Shiny Raupi bekommen könnt Aber wer keins bekommt Gönnt sich eben mal schnell ein 100%iges Der Hornswoggle hat auch ein Shiny Pikachu bekommen Glückwunsch auch dafür Meine habe ich damals natürlich vom Community Day Jetzt habe ich noch keins bekommen Ich lasse noch mal was nach Ach ich lege noch mal was nach Da steht zwar Lea Aber Lea gibt es nicht Sie legt noch mal was nach Und haut noch einen Ach einmal Lola Einen Shiny Slimer ran In die Gruppe reingeschmissen Also bei ihr läuft das richtig Mit den Shinies wie man sieht Dann kam der erste Schneefall natürlich Da musste ich gleich einen Screen machen Weil er so schön aussah Let's go Pikachu Im Schnee Let's go Eboli Im Schnee Und das ist richtig toll Ich freue mich immer auf die Winterzeit Im Spiel Nicht wenn man draußen ist Aber im Spiel sieht es cool aus natürlich Der Night Alex Oder hier noch Sick genannt Hat auch ein Shiny Eboli bekommen Auch mit Wetterboost Und 400 WP Hornsboggle Schule gibt doch Liebe Hat auch ein Shiny Magpie gebrütet Natürlich 78 Bonbons Da musst du aber noch ranhalten Damit das mal ein Magbrand wird Aber Glückwunsch dafür Ich hab letztens ja auch ein Magpie bekommen Und wie man sieht Scheinen die jetzt wirklich relativ häufig zu sein Also hat das mit den ganzen Eiern Und dem Eventzeug Ist auch irgendwo einen Sinn Da saß ein wildes Lektro 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 Ball An der Schere Habe ich auch mal mit reingenommen Weil ich finde das ist auch immer noch ein cooles Pokémon Und es ist so selten Und es ist so selten dass man mal ein Lektro Ball sieht Dass der irgendwo wild spawnt Dann Ditch Macht es typisch Andy nach Hat auch aus einem Raid 100% Barmelin bekommen 15 15 15 Besser geht nicht So lassen oder entwickeln Man weiß es nicht Schreibt es mal drunter Was würdet ihr mit dem 100er Barmelin machen Würdet ihr das so behalten Oder würdet ihr es einfach durchentwickeln Zu Bojelin Oder wartet ihr bis ihr da zwei Stück habt Vier Zwei Stück habt Radiote Hat auch ein shiny Pikachu bekommen Wie man sieht Und da ist ein 100% Anorith Das ist meins Das habe ich aber jetzt nicht bekommen Das habe ich trotzdem aber mal mit reingenommen Und gepostet Das gab es nämlich damals am Strich Aus dem Logmodul Hat auch ein ziemlich gutes Level Wie man sieht Und 100% Das hätte ich jetzt für die Aufgabe entwickeln können Da ich aber nur eins habe Wollte ich mir das eben aufsparen Und es hat gut reingepasst Da ja jetzt eh viele Aufgaben kommen Mit Anorith Und Anorith überall rumsitzt Und das auch ein Käfer ist Und November der Käfermonat Deswegen wollte ich das mal zeigen Mit seinen komischen Weit auseinanderstehenden Glubsch-Augen Gucken wir es uns nicht weiter an Machen wir einfach weiter Dann habe ich auf meinem zweiten Account Natürlich ein Shiny Pichu Gebrütet Und das hat mir bisher noch Gefehlt Jetzt ist es also da Da muss ich nicht mehr von anderen Stibitzen Der Black Scar Wolf zeigt uns Was mit Kabuto passiert Wenn es zu viel Pfeffi trinkt Was man so alles zu Hause findet Also sehr cool Wenn ihr da auf dem Sofa sitzt Klickt was an Kriegt ein Shiny direkt zu euch nach Hause Ins Wohnzimmer Fehlt mir natürlich auch noch Shiny Kabuto Coole Sache Hätte ich auch gerne Und Mitzenmann Bei dem auch gerade vor meiner Haustür Wenn wir einmal beim Thema zu Hause sind Er kommt also zu Hause Zur Haustür rein Und kriegt einfach mal ein 100% Kabuto Mit 15 Dann habe ich auf dem zweiten Account noch ein Togebi gebrütet Wie man sieht Auch als Shiny Das wäre jetzt also schon das zweite Der Brain hat 100% Magpie aus dem Ei bekommen Was auch mal zu einem großen Magbrand heranwachsen könnte Dann gingen neue Raid Einladungen wieder raus Raid Pässe Diesmal wurde ich eingeladen Nach Eisfeld Auf dem Friedhof Weil wir da unterwegs waren Als wir die Raids alle machen wollten Die 10 Stück für die Meltan Aufgaben Aber für die Brücke bekomme ich auch noch eine Einladung Wurde mir schon zugesichert Denn ich darf natürlich nirgendwo fehlen Sick hat auch ein Shiny Kabuto bekommen Er hat es zwar noch nicht gefangen Aber ich bin mir sicher Er hat es mitgenommen Denn das lässt man nicht einfach so zurück In der großen weiten Welt Dann schaut euch mal diesen traurigen kleinen Blick an Joa Hier sieht man noch Das Soldatendenkmal Am 22. Da habe ich auch eine Einladung Nochmal danke an typisch Andy Der mich dann nach Suhl eingeladen hat Dass ich da vorbeikomme Und am 30. Also dann das in ein Eisfeld Wie man sieht Der Host of Death Hat ein bisschen getauscht Und ein 100% Pannenflammen Äh Pannenflammen Bekommen Das kann er sich schon mal aufheben Für den nächsten Community Day Also nicht den nächsten Für den Community Day Irgendwann Und den Abschluss heute Bildet der Lukas Denn der hat ein Shiny Magnetilo bekommen Und Magnetilo sitzen überall rum Und es hieß es gibt es als Shiny Aber bisher hat keiner eins gesichtet Von uns Lukas der erste jetzt mit einem Shiny Magnetilo Glückwunsch an der Stelle Und ich hoffe da kriegst du noch eins Und kannst dann beide machen Denn auch Magneton Genau Denn auch Magneton sieht einfach richtig genial als Shiny aus Weil das einfach noch mehr von diesem leichten Gold beinhaltet Oh das war es ja noch gar nicht Denn ich habe heute noch ein 98%iges Elikid gebrütet Diesmal sogar mit 15 Angriff Was will man mehr Das war es aber jetzt Von der Seite aus Jetzt kommt noch der Schocker der Woche Bäm Und da ist der Schocker der Woche Und den habe ich schon mal gezeigt Irgendwo in dem Meltan Video natürlich Als die Meltans gefahren wurden Aber ich finde es immer noch krass Meltan ganz frisch rausgekommen Manche haben die Spezialforschung noch nicht mal abgeschlossen Manche haben gar keins Manche haben keine Switch Manche haben keine Hobbys und kein Leben Aber auf jeden Fall gibt es Leute Die haben das sich geholt mit der Box Haben eine halbe Stunde Meltan gefahren Und haben da einfach schon ein 100% Meltan dabei gehabt Und das Teil würde ich auf jeden Fall maxen Das würde ich auf jeden Fall entwickeln Das kommt auf 3875 Wie gesagt 100er gehen immer Und gerade dieses spezielle Teil Und dieses spezielle Pokémon Da hat derjenige natürlich schon wirklich Glück gehabt Jetzt müsst ihr es nur noch tauschen Dass es lucky wird Und dann hat es keine 100% mehr Aber das wäre natürlich nur noch dadurch zu toppen Das Ganze kommt von Danny von Twistern Und das hat er in die Pokémon-Deutschgruppe gepostet Mal eben gegönnt Also richtig coole Sache Meltan ganz frisch draußen Und schon das erste 100er, was unter die Leute gebracht wurde Aber ich habe eh noch keine 400 Bonbons Muss noch ganz viele Boxen öffnen Und hoffen, dass da vielleicht auch mal was Gutes dabei ist Bis die 400 erreicht sind So, das war es aber jetzt von meiner Seite aus Das war die Raid am Mittwoch-Folge Von heute, vom Mittwoch Und wir sehen uns dann einfach nächste Woche Bei der nächsten Raid am Mittwoch-Folge Bis dahin hoffe ich auf viele Shinies Viele Hunderter Coole Sachen, coole Screens Und natürlich den nächsten krassen Schocker der Woche Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses Bis dahin, bis dahin